Der Nordstrand in Erfurt. Ein kleiner See, der im Sommer viele Badegäste anzieht. Im Winter eher nicht so, nur manchmal. Und dann sind es meist Stammgäste, die in fröhlicher Runde hierher kommen. Auch einige Theater Erfurt Ensemble-Mitglieder sind hier regelmäßig anzutreffen. Das Thermometer zeigt hier am Nordstrand drei Grad. Vielleicht kann man das sogar ein bisschen erkennen. Also für mich ist es definitiv zu kalt, aber für unsere lustige Eisbader-Truppe genau das perfekte Badewetter. Das Bad im Eiswasser dauert dann auch nur wenige Sekunden, ist aber absolut wirkungsvoll. Schnell anziehen ist wichtig, aber auch darin sind die Eisbader geübt. Margrethe, du bist die Anstifterin. Du hast sozusagen die Idee gehabt und fürs Eisbaden, wie kam das? Ja, also ich habe sehr, sehr lange gebadet. Ich habe das von meiner Großmutter gelernt. Als ich sehr jung war, war ich mit sie und habe dann jahrelang in Oslo gebadet, habe auch dort einen Eisbadeverein gegründet und jetzt hier in Erfurt auch. Okay, und hast du denn keine Angst um deine Stimme? Es ist ja doch ziemlich kalt. Überhaupt nicht, weil es ist sehr, sehr gut für die Stimme und ich singe sogar besser. Heute muss ich mich gar nicht einsingen für die Röstelvorstellung, weil jetzt bin ich schon warm. Sehr gut. Und wie hast du die anderen überzeugt? Wie kam das? Ich weiß nicht, wie ich das, aber ich glaube, die wollten das alle, ha? Genau. Ja? Nur einen Anstoß. Ja, ja, es macht ja Spaß. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Eisbaden mal auszuprobieren, dann macht das. Und vielleicht trefft ihr ja Margrete und noch ein paar andere Sänger am Erfurter Nordstrand. Freitagnachmittag ab 13 Uhr ist dafür ein guter Zeitpunkt. Ja?